So, da wäre er wieder. Bevor wir jetzt ganz regulär weiterspielen in unserer Welt, will ich nur mal ganz kurz gucken... Ob man da... ...Campaign... Nee, das sieht man hier gar nicht. Also man kann hier von vornherein die dritte Welt ausprobieren. Kann ich das im Sandbox-Modus? World-Type? Kalt. Nee, die Wüstenwelt ist noch nicht freigeschaltet. Okay, dann raus, 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 raus. Und spielen. Und... Wolken. Gucken wir Wolken an. Ah, hier. So, wir wollten ganz, 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 ganz viel machen. Ja, das Wichtige zuerst für unsere Zwerge. Deko. Stuck. Wir brauchen Sand. Und Wasser. Wasser war ein Problem. Den wir uns langsam annehmen sollten. Genau. Unsere Wasserbecken haben nicht wirklich geklappt. Wir könnten einfach hier Wasser runterschmeißen. Was sieht komisch aus. Äh... Sammel... Ach, kannst du nicht. Okay, stopp. Wir brauchen... ...Scafooling. Sca... Nein, nicht Werkzeugbank. Scafooling. Da. Machst du bitte da einen Scafooling hin? Da einen Scafool... Sammel... Sammel... Wasser. Jetzt kann er da runterlaufen. Doppelgeschwindigkeit. Da hinschwimmen. Sich da rausstellen. Das Wasser. Oder so. Mach nicht was ich sag. Mach einfach was ich weh. Das ist okay. Töten. Töten. Die müssen auch noch alle sterben. Wow. Das sieht bedrohlich aus. Und da mal da. Genau. Ähm... Könntest du jetzt bitte weiter Wasser holen? Danke. So. Also, wir buddeln hier mal kurz durch. Ja, das geht's doch nicht. Okay. Also mach jetzt hier immer Durchgänge, damit wir das dazwischen zu machen können. Und die Füllen dann später auch wieder zu. Und warum ertrinkst du jetzt schon? Das ist... Steh einfach auf. Den kannst du nicht mehr ertrinken. Genau. Wasser. Alles weg. Ich mach euch da kein Portal hin. Das könnt ihr knicken. Das wär viel zu albern. So. Wasser einsacken. Ssssss. Nicht abbauen. Nicht abbauen. Okay. Das Wasser verschwindet wohl gleich. Äh... Eis. 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 So. Ein Eis. Da konnten wir immer so hinsetzen. Das ging. So. Dann wird zwischendurch neues Wasser bekommen. Ist zwar nicht ganz so, wie es geplant war. Also in der nächsten Festung später in der Eiswelt sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir den Schnee unterirdisch anbauen. Ne, was für ein Schwachsinn. In der Eiswelt wird es keinen Schnee geben. Da werden wir andere Probleme haben. Aber die werden wahrscheinlich auch mit wenig Wasser zu tun haben. So. Du weg. Du weg. Nicht darunter fallen. Können wir da eine Brücke hinkommen? Ja. Genau. Mach mal alle... Was zur Hölle machst du da? Einfach ignorieren. Einfach nicht hingucken und hoffen, dass keiner stirbt. Ähm... Genau. Deko-Sachen wollten wir bauen. Terrakotta-Zeug haben wir gerade hergestellt. So. Da ersetze Erde. Das da müsste eigentlich einfach weggehauen werden. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Nein, nicht ersetze Ziegelwand. Weg. Ersetze Erde. So, so, so. Ersetze Steine. Ersetze Steine. Ersetze Steine. Ersetze Steine. Ersetze Steine. Ersetze Steine. Und da noch. Gut. Ersetze Vorne Stein. Ersetze Hinten Terrakotta. Und überhaupt. Nicht da bauen. So. Nicht da bauen. Dann verklick ich mich so viel. So. Du. Ersetze Steine. Ich hätte gerne einen von euch krumpigen Zwergen. Nehmen wir mal Dichter Kontrolle. Werden gerne den Dreck weg. Das war nicht das Dreck. Wir geben den Dreck weg. Werden gerne da zu. Es geht nicht. Es ist ärgerlich. Ich hätte gerne nur den vorderen Stein. Ne. 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 Ja. Weg damit. Stopp. Wir müssen da irgendwas machen. Haben wir sowas ähnliches wie eine Brücke? So da hinsetzen können. Und dass das Ganze trotzdem irgendwie zumacht. Ich probiere mal ein Schindeldach. Mach mal ein Schindeldach da hin und guck was passiert. Können wir dich optisch irgendwie anpassen? Ne. Also ich hätte gerne hier so eine Schräge und das obere rechte. Ne. Von dem Viereck sollte dein Schindel sein und da unten frei. Aber das geht auch nicht. Okay. Das heißt. Das putzt du dir alles runter. Äh. Das heißt du. Du wirst einfach massiv. Ziegel. Massiv Ziegel. So. Schluss mit lustig. Wir sind eine Zwergenfestung. Verdammt. Wir wollen massiv. Oh. Oh. Ähm. So. Lass los. Wir sind eine Zwergenfestung. Verdammt. Wir wollen massive Wände haben. Das heißt wir ändern jetzt alles um auf massive Wände. Und hoffen dass es dann einigermaßen klappt. Okay. Hier drin könnten wir sagen. Hm. Ne. So. Machen wir mal eine Seite runter. Da müssten wir den Zwerg eigentlich gar nicht für auswählen. Aber ist egal. Der muss jetzt zugucken wie wir sein Haus verschandeln. So. 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 Spider-Man. 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 Äh. Da. Ich hätte eigentlich Spider-Zwerg singen sollen. Aber na gut. So. Massiv. 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 Das sieht wieder aus wie ein Bunker. Verdammt. So ein Ding haben wir hier in Hamburg auch stehen. Das nennt sich Flakturm. Ähm. Na ja. Gucken wir mal. Schlechte Ideen sollen wir uns zu Ende führen. Oder so ähnlich. Zu. 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 Befreien. Musst ihr das Elend nicht mehr angucken. Ist schon gut. Oh. Es geht. Kann aber nicht sein, dass ich zufrieden damit bin. Absolut nicht. So. Hier auch nochmal. So. Massiv. 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 Äh. Es ist jetzt der Stein. Was? Sieht gar nicht mal schlecht aus. Warum ist da eigentlich ein Abbruch? Na Bauer. Hey. Bauauftrag. So. Psss. Sieht nicht schön aus. Bei allem nehmen wir den doofen Ding da oben drauf. Genau. Das war auch noch so eine Sache. Wenn wir das eine schon nicht hinbekommen, dann doch bitte wenigstens das andere. Rundes Fenster. Turm. Steine. Turmspitze muss erst hergestellt werden. Okay. Was sagt ihr? Erstens muss der Dreck da hinten ersetzt werden. Durch. Den sieht man ja gar nicht von an. So sieht man ihn? Hinten. Ne. So sieht man ihn nicht. So sieht man ihn. So sieht man ihn nicht. Das war's. Pfff. Das muss trotzdem. Er setze hinten Ziegelwand. Er setze hinten Erde. Er setze Erde. Er setze Erde. Versuchen das Dach hinzubekommen. Zwischendurch Schnee schippen, weil hier keine Bäume nachgepflanzt wurden. Stirb. Ein Kletterbuch. Ein schön viel Schnee. Kann ich die blauen Fliegejungs nicht dazu abkommandieren, Schnee zu schippen? Also das werde ich auf keinen Fall vermissen in der Wüstenwelt. Doofen Schnee. So und ihr müsst auch alle sterben. Aber das machen wir später. Ich habe auch noch einen hilfreichen Tipp in den Kommentaren bekommen, dass wir Mitrilschwerter eventuell doch hier stehen können. Die stehen nur einfach nicht im Deckbaum drin. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal ein Schwert an. Einfach nur vier. Ja, einfach so ein L aus Eisen. Das heißt, wenn wir ein L hinbekommen könnten aus Mitril. Was von den Ressourcen gerade mal reichen könnte. Probieren wir so eigentlich viel Schwert hier zu stellen. Das wäre natürlich richtig schick. Weil jetzt so lange Dirt abbauen, aufbauen, abbauen, abbauen, aufbauen und was weiß ich. Dass wir genug Gold haben, um die zu kaufen, wird auch ein bisschen übel. Und ihr kriegt auch zwischendurch mal ein Portal. Da. Wir haben wieder volle Mana, das passt schon. Einmal bis ans Ende der Welt. Nee. Genau. Du markierst das Ende der Welt scharf. Da kommt wieder Dungeon Keeper bei mir draußen. Oder das Ding einfach so schlups. Und dann, naja. Können wir die ganze Unterwelt nicht einfach springen und aufsaugen? Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. Wenn wir nicht immer die Schienen bauen würden, dann würden auch keine Pilze mehr wachsen. Das stimmt allerdings. Weg, 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 weg. Für die Schienen brauchen wir nur ganz, ganz viel Eisen. Aber gucken wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Also das können wir optisch nicht verändern. Was passiert, wenn wir daneben noch einen stehen? Digitieren die dann irgendwie zu einem Riesenturm? Mal gucken. Was zur Hölle machst du? Du stirbst. Das ist peinlich. Was noch? Springt ihr jetzt wieder von meinem Turm? Ja. Tun sie. Warum? Suizidgefährdete... Ah, okay. Nö. Passiert gar nichts mit dem Turm. Die Turmspitze ist doof. Bau das ab, bau das ab. Und das ist jetzt unsere Turmspitze. Nicht schön, aber ist halt so. Das weg, das weg. Und nicht runterfallen. Scaffolding kann hier alles weg. Kann hier alles weg. Flop. Das, das, das. Das, das, das. Ihr braucht noch ein paar Scaffoldings, ne? Äh, da brauchen wir noch drei... Nein! Lager. Wo ist das doofe Schild? Da. Nicht umbringen. Achso, das blockiert den ganzen... Die treiben mich in Wahnsinn, die Zwerge. So, jetzt baut bitte da schnell hin. Und versucht nicht, euren Selbstmordtrieben nachzugehen. Das wäre echt toll. Ja. Sollten hier unten ein Auffangbecken bauen. Aber die stehen wohl irgendwie drauf, auf Tesla-Türme zu springen. Mit Anlauf. So, wir... Hast du wieder wacke drückt? Nein. Wir brauchen Ziegeldächer. Da, Schindeldach. Drei Stück. Das passt ja. Zu, zu, zu. Fertig. Aus, vorbei. Dann ist unsere Festung fertig. Jedenfalls, ne? Poink. Wir haben nichts zu tun. Das ist das Problem. Hier, Bäume. Das weg, das weg, das weg. Hier, Bäume. Geht nicht, weil das andere mal tief ist. Okay. Der Baum kann weg, der ist groß. Du kannst tot. Oida. So, jetzt neuer Baumzauber. Hier. Flup, 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 flup. Du musst weg. Und ich denke mal, das Mitril ist inzwischen fertig. Also... Da, da, da... Nö. Charde. Gab's noch andere Schwertrezepte? Silber und Gold. Vielleicht braucht Mitril ja auch irgendeine Mischung. Also machen wir mal Mitril, Mitril. Gold? Stahl? Ähm... Gold, 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 Mitril, Mitril. Mitril? Hm. Wir brauchen mehr Mitril. Wir brauchen mehr Kohle. Wir brauchen mehr Holz. Die Reihe kenne ich irgendwie schon. So. Elf Kohle. Nix ist das. Gar nix. Piu, piu. Haben wir neue Ausrüstung? Mh... Mh... Nicht wirklich. Oh, da hatte noch jemand Lederschuhe. So. Äh... Yatagan. Fehlen noch ein ganz paar. Haben wir denn genug dafür? Wir haben keinen Silber. Oh... Das ist nicht schön. Du musst weg. Du musst weg. Ihr müsst... Alle weg. Wir müssen hier ordentlich arbeiten können. Du musst weg. Oh, Kohle. Wo ist mein Dreck? Da ist mein Dreck. Ersetzen. 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 Da oben sind noch Diamanten. Sehr schick. Das bauen wir mal aus. Genau. Schnecken weg. Hierzu bitte. Dazu bitte. Genau. Einmal runterspringen. Es soll sehr gesund sein. Ich glaube, ich baue unterwegs mal diese Brücken ein. Einfach nur zum Testen. Äh... Nicht Steinsäule. Da. Steinbrücke. Mh... Da. Und ich guck mal, ob das das Ganze blockiert. Klopp. Ne, ihr könnt durchfahren. Äh... Will es wär, Kontrolle übernehmen. Jo. Jo. Sehr schön. Sieht ein bisschen skurril aus. Aber das können wir vielleicht noch beheben. Also ich hätte gerne jetzt auf jeder dieser Zwischenschichten eine Brücke. Und dann bauen wir die Steinsäulen und hoffen einfach mal, dass die von der Dicke her... Ne, passen nicht. Dass die von der Dicke her passen und dass sie auch nicht blockieren. Antike Säule. Ne. Ich hätte gerne eine schmale Säule. Mh... Ne. Na gut. Safety first. Erstmal... Die diese Brücken haben, reicht schon. Sie müssen alle auf dem doofen Dingens warten. Vielleicht sollten wir den Durchbruch hier doch lassen.